hallo meine lieben freunde der königin der 1000 jahre heute ist es endlich offiziell soweit der 27 juli ab heute könnt ihr volumen 1 der serie die königin der 1000 jahre mit den episoden 1 bis 21 überall bestellen und mit etwas glück im gut sortierten handel auch frei erwerben es gibt diese box als blu-ray version und als dvd version ich habe ja schon ein paar videos zu der box gemacht und zu meinen ersten eindrücken nach über 30 jahren könnt ihr euch gerne mal in der playlist anschauen aber ich habe mir gedacht heute zum offiziellen start des verkaufs der serie mache ich noch so ein kleines charakter studien video beziehungsweise wenn ihr eure erinnerungen auffrischen wollt oder wenn ihr die serie noch nicht gesehen habt dann aber ein bisschen spoiler warnung werde ich euch jetzt die wichtigsten charaktere der episode 1 bis 21 ein ganz ganz klein bisschen näher erklären und was würde sich da besser anbieten als mit der amamori familie anzufangen ganz vorne natürlich harimi ich hoffe ich spreche die namen im video noch weiterhin richtig aus harimi der sohn einer mutter und eines vaters die ihr aber recht schnell in der serie verliert durch eine explosion das ganze haus wird zerstört und von da an nimmt die geschichte halt eben ihren lauf sowie wie sie kannten damals oder wie ihr sie vielleicht auch kennenlernen werdet denn harimi muss nun zu seinem onkel dem professor amamori der eine sternwarte leitet kann man so sagen also ist der ja er ist der oberste hat das sagen in der sternwarte und natürlich von da an versucht natürlich harimi vor allen dingen rauszufinden was ist da passiert bei seinem vater man erfährt auch nicht viel von vater und mutter weil das ganze passiert ziemlich früh am anfang der serie als sein vater an einer mysteriösen oder an einem mysteriösen experiment arbeitet mit einem scheinbar sehr explosiven stoff und ja das geht dann halt wie gesagt irgendwann schief und das war es dann leider und ja harimi ist dann ein waisenkind im frühen alter und wie gesagt sein onkel ist es sein onkel der übernimmt von dort an sozusagen die erziehung die vater rolle man bekommt das jetzt nicht so wirklich mit in der serie aber er lebt dann so harimi lebt dann in der sternwarte praktisch was naja eigentlich auch ziemlich kurios ist dass man dann in einer sternenwarte lebt man möchte meinen der onkel hätte irgendwo auch eine wohnung oder ein haus aber ich glaube so weit waren wir das noch nicht in der serie dass wir davon irgendwas gesehen haben harimi allerdings wie gesagt er vermutet dann recht schnell dass die diebe der tausend jahre hinter dem tod seiner eltern steckt dass sie damit zu tun haben denn der mysteriöse trench kot mann den hat er immer wieder vorm haus rumlungern gesehen auch zu dem zeitpunkt glaube ich als das ganze dann explodierte erinnere ich mich da richtig kontrolliert mich mal und er schwört dann natürlich rache er will das aufklären er will dass die diebe der tausend jahre dafür büßen und dementsprechend greift dann ein rädchen ins andere erst recht als harimi dann recht schnell in der serie eine wegweisende bekanntschaft macht die wegweisende bekanntschaft ist natürlich ja 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 da muss man jetzt nicht viel rum spoilern so blind kann man nicht sein ja ja entpuppt sich recht schnell als die königin der tausend jahre führt aber ein privatleben bei ja als tochter zweier älteren personen man könnte eigentlich meinen die zwei wären die großeltern eventuell von ihr aber nein das ist in der serie sind es die eltern bei denen jahre aufgewachsen ist ja die eltern betreiben ein nudelrestaurant und jahre hilft dort auch ab und zu mit gleichzeitig arbeitet jahre aber auch in der sternenwarte eben bei harimis onkel das kommt dann auch ziemlich schnell raus die verwunderung ist groß denn den ersten kontakt den gab es auf der straße als harimi die katze von jahre sagen wir mal so ein bisschen beschützt vor eben einen typen einer mysteriösen gestalt in einem trenchcoat wie wir dann später erfahren ein mitglied der diebe der tausend jahre zwischen harimi und jahre entsteht dann recht schnell eine freundschaft eine große sympathie die allerdings dann im verlauf der box nummer eins auch auf die probe gestellt wird denn wir haben es ja schon in meinem letzten video angesprochen wir haben auf der einen seite die diebe der tausend jahre und auf der anderen seite haben wir die königin der tausend jahre mit ihren anhängern und beide seiten versuchen halt harimi zu überzeugen dass sie die guten sind und dass die andere seite die bösen sind und das gibt auch die ein oder andere situationen und den ein oder anderen vertrauensbruch den harimi dann auch zweifeln lässt wem er jetzt sein vertrauen schenken soll wenn wir dann bei der königin der tausend jahre sind müssen wir natürlich auch über die anhängerschaft reden die mit ihr ihre basis ihre welt ihre stadt innerhalb des erdkerns praktisch haben sozusagen also unter der erde und da gehört hat auch ja mori dazu ja mori ist so der leibwächter der königin so der 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 führer der leibgarde also er kümmert sich alles um alle belangen der königin er führt die befehle aus er gibt die befehle weiter und ansonsten sehen wir da bis dato nur lauf burschen in futuristischen anzügen dann auf der seite der königin der tausend jahre ja mori ist es allerdings ein dorn im auge denn die lamitalia wenn ich das jetzt richtig ausspreche die haben natürlich eine klare aufgabe und ein klares ziel was passieren soll vor dem 9 9 1999 9 9 9 sekunden aber er sieht es dass die königin also dass sie ja ja etwas abweicht von ihrem strikten plan und dass sie ja dass sie sich auch um die erdlinge praktisch gedanken macht und nicht nur das eigene volk die lamitalia denkt und das bringt ihnen dann auch früher oder später dazu gegen die königin zu arbeiten also er hat dann er treibt ein doppeltes spiel hinterrücks kontaktiert er die große mutter königin die über allen steht die noch auf dem planet lamita müsste das dann sein lamitalia lamita müsste das sein ja von ihr erfährt man allerdings bis dato noch nicht allzu viel bei episode 1 bis 21 man sieht sie nur in einer art schatten hologramm wenn sie zwei dreimal kommuniziert auch hachimis soll er anfangs der serie erst ausbilden dann will er ihn aber am liebsten um die ecke bringen foltert ihnen dann manchmal auch ein bisschen dann in so ein zwei episoden also man weiß nicht ganz so recht wie man diesen charakter nehmen soll auf der anderen seite haben wir wie gesagt die diebe der 1000 jahre die diebe der 1000 jahre werden angeführt von einem mysteriösen maskenmann nennen wir ihn jetzt einfach mal und er hat halt auch seine leute um sich die laufen alle rum wie in so 60er jahren film in trench coat mit mit hut und mütze er hat auch so was wie eine rechte hand den charakter sehen wir fast immer mit sonnenbrille aber ich glaube es gab auch mal eine folge wo er die sonnenbrille ab hat man erfährt aber nicht weiter glaube ich den namen oder so von denen also das sind alles ganz mysteriöse gestalten man erfährt auch nicht wirklich wer die diebe der 1000 jahre sind es entpuppt sich nur im laufe der episoden dass sie auf der seite der menschen stehen also dass sie die menschen beschützen wollen und praktisch mit den menschen hand in hand gegen die andere seite also die lamitalia bestehen wollen ich möchte nicht sagen kämpfen aber notfalls kämpfen sie auch dann an der seite der menschen gegen die lamitalia warum und weshalb erfahren wir noch nicht wirklich in episode 1 bis 21 und wir erfahren auch nicht was es mit dem mysteriösen anführer der diebe 1000 jahre auf sich hat was wir aber erfahren ist folgendes es gibt einen wissenschafts- und verteidigungsrat und da gibt es einen vorsitzenden und gegen ende der box entpuppt sich dann dass er sozusagen hand in hand mit den lieben der 1000 jahre arbeitet ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher ob das von vornherein schon so war praktisch so undercover oder ob das erst dann rausgekommen ist bzw sich ergeben hat aber ich glaube es ist von anfang an so und dieser rat besteht aus verschiedenen vertretern aus verschiedenen nationen die sich dann natürlich auch immer fetzen und nicht einig sehen welche menschen sollen gerettet werden welche nation darf dies und das aber ist so dass das der kopf des ganzen er hat das sagen und er ist eigentlich auch derjenige der immer mit professor amamori dann so einander gerät und die beiden handeln das eigentlich aus und was ist eigentlich alles geht also die gehen in den krater rein die staaten raumschiffe die staaten satelliten die staaten abfangjäger und so weiter und so fort und wie gesagt es kommt dann raus dass dieser vorsitzende eben mit den dieben der 1000 jahre dann hand in hand arbeitet was ja nicht unbedingt schlecht sein soll denn wie ich eben schon sagte die diebe der 1000 jahre wollen ja scheinbar nur das gute für die menschheit bevor jetzt noch zu zwei sehr mysteriösen charakteren kommen kommen wir zuerst mal zu den zwei schulfreunden fragezeichen von harimi die beiden sind eher immer für so ein bisschen komödie einlagen gut sie sind war sie werden so dargestellt in der serie als ob sie dann schon neidisch werden dass harimi jemanden wie jajoi trifft sie wollen dann auch immer im nudelrestaurant abhängen sie wollen jajoi begegnen wenn harimi und jajoi irgendwie verschwunden sind da gibt es auch eine szene wo sie dann in die sternwarte einbrechen also die zwei sind so für den comedy effekt vor ort meistens in ein paar episoden allerdings wie gesagt sie sind auf harimis schule oder sogar in seiner klasse aber man fragt sich ob sie es wirklich freunde sind denn sie meinen es eigentlich nicht immer gut mit eben beim professor amori muss man natürlich auch sagen er ist natürlich nicht allein in der sternwarte da gibt es immer auch ein zwei drei charaktere die man immer mal wieder sieht die sind aber eigentlich recht namenslos und deswegen nur so eine erwähnung am rande und es gibt am ende der serie noch einen auftritt von man möchte meinen von einem charakter aus street fighter 2 war das bison bison ich weiß gar nicht general glaube ich heißt er er kommt mit einem raumschiff vom planet lamita wird er geschickt von der mutter königin um eben zu kontrollieren dass auf der erde bei der königin der 1000 jahre auch alles so läuft wie vorgesehen und wie es geplant ist denn was ist geplant es soll ein raumschiff gebaut werden und auf das raumschiff das ist so eine art man möchte es übertreiben es ist keine arsche noah aber es soll schon viel eingepackt werden wenn es abgehen nach lamita und wir hatten ja vorhin schon den leibwächter die rechte hand der königin der so ein bisschen doppeltes spiel treibt und durch ihn kommt halt beziehungsweise wird halt general gerald ich hoffe es ist auch general gerald dann zur erde geschickt um das ganze zu kontrollieren wie das ausgeht werde ich aber nicht verraten denn das ist auch eine recht spannende situation die sich über so zwei drei episoden durchzieht aber wir haben noch zwei mysteriöse charaktere über die wir bis dato gar nicht mal so viel erfahren bei episode 1 bis 21 es gibt eine grünhaarige dame der hat mir ich glaube einmal begegnet in der serie zumindest uns bei folge 1 bis 21 ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher wie man den namen ausspricht irgendwie so IQ 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 sie ist die hüterin dieser stadt die sich im inneren des erdkerns befindet wo man dann durch den krater so hinkommt sie ist sie sie mal wie soll man das sagen sie ist 100 prozent lamitariern und sie steht zu 100 prozent natürlich dann auch zu ihrer mutterkönigin ich weiß nicht wie nennt man das es ist sehr verwirrend in der serie man möchte meinen die königin der 1000 jahre wäre das oberhaupt praktisch von diesen lamitariern aber ist wie gesagt ich nenne es immer diese mutterkönigin von der man nur so schatten gesehen hat und hologramme das ist ja die oberste befehlshaberin das ist ja die die über allen steht und der ist sie zu 100 prozent loyal und ihrem volk ist sie ebenfalls zu 100 prozent loyal und deswegen hätte harimi beinahe auch ins gras weisen müssen schon recht früh in der serie das wurde aber dann gott sei dank verhindert aber ich glaube dieser charakter könnte eventuell noch recht interessant werden und nicht unbedingt für positive dinge sorgen was jetzt die königin der 1000 jahre betrifft denn natürlich ist sie auch eher loyal aber man kann sich vorstellen wenn die königin der 1000 jahre vielleicht ein bisschen abweicht oder ein bisschen mehr abweicht von dem plan der lamitarier dann könnte sie vielleicht auch gefährlich werden und dann haben wir auch noch zu guter letzt kontakt gehabt mit mirai mirai ist ebenfalls einer dieser vielen charaktere das ist aber natürlich dem zeichenstil gedankt die ähnlichkeit haben mit der königin der 1000 jahre wir haben hier eine dame die komplett in gold gehüllt ist wie ein 1 als ob sie pure energie wäre zumindest sieht es bis dato so aus bei folge 1 bis 21 und sie scheint auch unglaubliche kräfte zu haben sie kann energiebälle schleudern sie kann alles mögliche machen das braucht sie scheinbar auch denn sie ist die hüterin des heiligen krabes und dort treffen ja auch oder gezwungenermaßen harimi und die rechte hand der königin ein und selbst die werden angegriffen von eben mirai sie ist treue gefolgen wie nennt man das wenn man das treue gefolgen also sie ist der könig in der 1000 jahre treu untergeben also bei ihr ist praktisch die königin die nummer eins sozusagen und sie macht halt auch alles was sie von ihr gesagt bzw befehlt bekommt und ich könnte mir vorstellen dass es hier auch eventuell noch zu einer interessanten konstellation kommen könnte in der zweiten box denn wir haben jetzt mittlerweile zwei mysteriöse charaktere gesehen auch nur ganz kurz bis dato die eine person ist halt der königin der 1000 jahre praktisch zugewandt und die andere den lavitarian und der mutter königin und das könnte höchstwahrscheinlich noch ganz interessant werden ab folge 22 dann im september wenn die zweite box rauskommt und wir werden auch höchstwahrscheinlich dann erfahren was es mit dem anführer der dieben der tausend jahre auf sich hat da ist mir nämlich auch noch was eingefallen so gut funktioniert mein gedächtnis noch aber ich muss persönlich noch mal jetzt abschließend sagen die 21 folgen oder beziehungsweise ich sage mal die 20 folgen konnte man sich sehr gut ansehen ich muss sagen die die 20 folgen haben sich im positiven sinn länger angefühlt als ich dachte weil es einfach spannend war und gut mit anzusehen man kennt das oft von alten serien da ziehen sich manchmal 20 25 minuten im negativen sinne und unendlich lang aber jetzt nach 20 episoden ich sage extra 20 episoden ihr merkt es schon weil folge 20 ist einfach noch mal eine zusammenfassung also wenn ihr wenn ihr wissen wollt wenn ihr euch nicht die 21 folgen angucken wollt guckt einfach episode 20 ja spoiler warnung guckt einfach episode 20 und ihr wisst was bis dato komplett passiert ist die gab es bei uns nicht im deutschen fernsehen soweit ich weiß deswegen sage ich 20 episoden aktuell wenn jetzt noch denkt dass noch mal fast die gleiche anzahl an episoden kommt im september mega geil also ich hoffe mit dem video konnte ich euch so ein bisschen eine einleitung geben ich hoffe ich habe keinen charakter vergessen ich glaube jetzt aber nicht unbedingt ihr habt einfach mal die kommentare ob ihr euch die box jetzt schon gekauft hat ob ihr schon angefangen habt mit eurer sichtung aber bitte keine spoiler spoiler löchig also spoiler jetzt sagen wir mal hauptsächlich auch so was in den anderen 22 folgen dann passieren könnte wenn sich da der ein oder andere von euch noch daran erinnert belastet bitte bei den episoden 1 bis 21 dann kann ja jeder selber entscheiden ob er sich das durchlesen möchte aber bitte noch keine spoiler für die zweite hälfte der serie sondern die lösche ich sonst radikal weg das müsst ihr halt verstehen ansonsten wünsche ich euch einfach viel spaß mit eurem exemplar der serie daheim wenn es euch kauft und hoffe wir sehen uns in einem der nächsten videos wieder macht's gut meine freunde ciao ciao